Für die drei Geparden hat die Jagd gerade erst begonnen. Die drei bleiben bei ihrem ungewöhnlichen Spezialgebiet, der Jagd nach Warzenschweinen. Allerdings beschränken sich die drei Brüder nun auf Frischlinge. Angesichts der messerscharfen Eczene der Mütter ist das eine vernünftige Entscheidung. Der Gepard bringt eine scheinbar leichte Beute in Sicherheit. Einmal abgehängt, sind die Warzenschweine keine Gegner mehr. Dafür taucht ein neuer auf. Während die drei Brüder versuchen, die Beute zu teilen und rasch zu verschlingen, rückt ein Rudel Hyänen heran. Scheinbar vorsichtig nähern sie sich aus allen Richtungen. Die Geparden haben nicht die geringste Chance. Die Beute scheint den Hyänen nicht zu genügen. Sie haben es offenbar auf einen der Geparden abgesehen. Die beiden anderen Brüder werden nur verscheucht. Ihr ausgewähltes Opfer hingegen verfolgen die Hyänen weiter. Ein Verhalten, das kaum zuvor beobachtet wurde. Der Gepard ist wesentlich schneller. Aber nicht lange. In seiner Not hat er etwas Ungewöhnliches gemacht. Er ist auf einem Baum geflüchtet. Obwohl Geparden schlechte Kletterer sind. Die Hyänen scheinen ein wenig ratlos. Der Gepard jedoch verzweifelt. Mit letzter Kraft schafft er es in die Krone. Der Gepard wird es erst nach Sonnenuntergang wagen, den Baum zu verlassen. G деревn! Gilder! Gilder! Bis zum nächsten Mal.